Das ist einfach auf WiFi-Direct. Der Fernseher hat einen eigenen Browser und das Tablet ist direkt mit dem Fernseher verbunden. Es ist einfach auf WiFi-Direct. Es kommt davon nicht, aber auch weil es sehr, sehr viele verbunden ist. Das ist einfach auf WiFi-Direct. Das ist einfach auf WiFi-Direct. Das ist einfach auf WiFi-Direct. Vielen Dank.